denn kommt man auch weiter hoffentlich denkt man wäre praktisch bild flackern was habt ihr hier für mich den kartoffelbauch pilz ach denn damit können sie wohl gab es gerade so aus dass wir liegen also von dem brauche ich auf jeden fall sporen das ist ja schon mal hallo da wirklich kleben bleibt kesselkuchen kürbispastete weiß man nicht das war wiederum nicht so so was kommt auch fraglich sind die pilz ich daran kommen weiß keiner so nein krieg ja vielleicht ist da was auf jeden fall oh gott drei stück und wieder raus da liegt immer noch jetzt habe es schon gesehen nein lasst mich in frieden ich habe jetzt ein kumpel lasst mich in frieden also und das hat er jetzt diesmal getroffen oder was also weil er selber visiert hat rückwissen ist einigermaßen mit werten wir also mal so war ja einfach rein um aufzuräumen ja du hast halt das ist halt der tor geöffnet findet ihr wieder zu ein weg ein so viel zu thema mit er trifft aaaaaaah oh mann guck ich krieg da noch einige flankt mal gucken ob er jetzt trifft ah ja es steht ja da ins loch werfen geh weg kackvieh das heißt noch lange nicht dass er trifft auch wenn es da steht auf den meter sollte man auch ich weiß noch glaube im zweiten teil oder so gab es einen gnome weit wo gut wieder einfach durch die kante geschleudert hier zurück da war ein loch ja zurück darfst du nicht mehr online schon wieder das viel oder vorne hat da hast du eine blume jetzt weiß der zu mir wie oft musste er getroffen werden hier mal auch keine ahnung die pendo und ist und das und den du und ist die pendo nicht die fans war einfach offiziell werde ich in die richtige richtung ich steppe hebe ich wieder am start ja ja naja im ewigen loop gefangen hier ist doch die schüssen die beschissen das beschissen ist egal was ich mache die werden gerade außen aneignung ja weil er auch nicht in die richtige richtung guckt oh jetzt ja einmal noch ich belastet zu den anderen teilen besser wird weiß es nicht nein wird jetzt immerhin das war gerade ich schlucken das habt ihr nicht aufgeführt den nicht wird schon irgendwie lachen wir nicht nochmal gegen das viel kämpfen müssen ist okay ein rücklicher hat aus wie so ein baumhaut hoch geht so danke da sind die pilzis und kannst du denn jetzt so einsammeln oder wie nein macht null sinn gut naja wenn du meinst naja ich hab sie kaputt gemacht und vielleicht dadurch kann ich sie jetzt einsammeln so naja gut wenn so ist dann ist so damit habe ich jetzt tatsächlich nicht so gerechnet was und darüber kann es sah übel ob die es aus ja aber ja naja versuchen da wird man schlau wir machen hier gleich mal kurz eine pause wir hören uns gleich wieder da sind wir wieder war dann für uns doch eine etwas längere pause da kam mal kurz ne unerwartete unerwarteter anruf rein grüße gehen an der stelle raus an meine mama die das hier da wahrscheinlich auch gucken wird weil sie sich schon gefreut hat über die aussage dass wir das hier gerade aufnehmen ja wird aber ein bisschen dauern bis die folge rauskommt von dem her weiter geht's wir waren hier gerade unterwegs was ich gerade mal noch gucken wollte ja hier genau die spuren jetzt brauchen wir quasi nur noch eine zutat und da müssen wir halt mal gucken da war wahrscheinlich das ding wo ich durchkriegen wollte und jetzt konnte sie runter springen konnte ja ihr wisst eine bildkarte ja toll eine bildkarte mensch so als zeitliche einordnung also wie heute ist der 25 november 2022 guck mal da werden die in rauskommt so wenn das läuft läuft also herry potter startet ja am 28 11 und die erste folge so ich bin jetzt aber gespannt ich darüber kommen höhe ich vermute ich muss jetzt hier über die mauer drüber latschen und dann da so rübe fragezeichen würde sagen schon ja da dann rein springen einspringen die orme wenn das überhaupt funktioniert das passt so aus ob wird ja anderswo auch keinen sinn machen oder oder komme ich da irgendwie trübe da aus ob ich von einem anderen bereich da hinkommen wahrscheinlich weil wirklich von link habe ich jetzt von hinter uns kommt das heißt quasi wieder raus aus dem bereich irgendwie da hoch hat mich nicht wie ich da hinkommen bin aber jetzt hoffentlich raus weil ich habe keine liste darauf straffpunkte zu kriegen ja hast doch so viele haben wir eigentlich schon was gegen slittering gewinnen ich sehe das nicht da bist du gekommen ja genau vielleicht muss ich in einen anderen bereich rein da quasi oben so das meine ich damit ja das kann möglich sein ja so da hinten ist dabei glaubt da komme ich jetzt auch nicht rein da kam ich ja wirklich nur mit hat wird rein vielleicht hier hoch so ja gut also möglich hinter den dingen zwar ja nur ja das könnte richtig so ja hier oben war ich schon hier habe ich schon eine pflanze her aber vielleicht geht es jetzt weiter weil ich in jo genau haben weiß ich nicht aber wenn wir sehen wir haben das problem gefunden und zwar habe ich gedacht hier geht es nicht mehr weiter weil ich ja mit hier runter bin ich weiß nicht ob ihr euch noch erinnern kann aber ich habe hier den vorhang zerschnitten und dann war hier nur eine kiste und es ging nicht weiter darum ging ich davon aus ja gut hier wird es nicht mehr weitergehen wusste kuchen hier geht es tatsächlich weiter darum laufen wir jetzt auch mal den weg hier lang und werden da wahrscheinlich unsere letzte zutaten empfinden wir haben jetzt sicher 20 minuten gesucht mindestens ja ja genau dieses viel überwurmen hier ist noch ein anderes boxy ja da sind ja kommen die komische fliege für ihre flügel verlieren wenn man sie kaputt macht ja und das ist nämlich auch genau der weg wo ich gesagt habe da komme ich doch bestimmt hoch da sind die doxys auch schon natürlich klar wenn man da muss man die natürliche das hat aber was ich gerade so auch mit harry potter hat keine wirkliche musik und das war das spiel ist halt so ungewohnt normalerweise läuft irgendeine dode musik irgendeinen soundtrack das sieht ganz nach einem fliegerwurm aus und dann geht mir ganz nach einem fliegerwurm aus eier die fähigkeit und anderes machen eine ahnung ich gucke weiter und sagen sich auch mal runter und auf die andere seite weiter vielleicht ist da was ja genau das ist genau und da muss das ding hoch bringen also wegen dem soundtrack ja das ist halt wirklich in jedem game ist egal was das ist halt ultra leise und das spiel ist halt so ungewohnt ich kann hier nichts sehen ich latsche mal weiter vielleicht hat sich mir das noch gedacht ja wenn man sich mal so überlegt alleine kann man den kocken wie viele da hier da läuft das muss ein fliegerwurm sein wie komme ich jetzt an den schleim ach so